So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, Windgarten-Galaxie, der Himmel, der Wind und der Hase. Das war der letzte Stern, den wir geholt haben, noch am Ende des Parts. Joa. So. Machen wir weiter mit der Windgarten-Galaxie. Begegnung mit General Maulwurf. Joa, da müssen wir anscheinend hin, zu General Maulwurf. So. Ich weiß nicht genau, in welchem der wir das Ziel gut stellen wollen, aber ich weiß nicht, was es war für eine Aufgabe. Aber das werden wir ja dann sehen, damit sich schon wieder das Ziel gut stellen versteckt war. So. Ich glaube schon alles. Ja, hier sind noch richtig viele von den Küpies, aber ehrlich gesagt, ich kann überhaupt die alles erledigen. Die geben mir eh nur mein Unwünschen, also... Keine Ahnung. Nicht irgendwelche... Oder braucht, müssen wir die hier alle erledigen. Ich glaube schon. Okay. Natürlich jetzt scheiße. Ich möchte die doch erledigen. So. Wo sind die denn alle? Oh Gott, ich hasse, dass ich nicht so rumigen Teilen hinterherlaufen muss. Was beschissen ist das? Da hinten ist der. Das ist der. Was ist das? Oh du blöder Mongo, ey. Du willst dich echt viel anlegen, ne? Nur ein Spasti, ey. Der ist doch noch so unnormal schnell, ey. Wollt doch hier mal vorbeikommen. Oh, da ist er. Warte, was gibt der denn so unnormal Gas? Das will ich mich nicht verarschen. Ich bin ein Bock mehr in die Folge in der ganze Zeit. Krieg ich eh nicht eingeholt. Wie so ein Scheiß, ey. Wo ist die Wanda? Stirb. Tatsächlich, ey. So eine Kacke. Ich glaube, vielleicht kommt eine Szene, die fand ich ja nicht richtig gut. Oder konnte man sich ranziehen? Oder? Ja, da war aber der Stern. Ich hab nicht mehr gesehen. Ich hab nicht mehr gesehen. So... Das lasse ich jetzt lieber sein. Oh Gott, Moment, es geht Pantaschen! Lässt sich das eine aufgutte. Also, werde ich das noch nicht mehr. Oh Gott, Moment, es geht Pantaschen. Ich glaube, es kommt durch den Schein. Ich bin der Fall auf der Fall. Ja, das müsste jetzt hier der letzte Schatzpunkt sein davor. Dann war der Versteckte Stern im dritten Level. So, und rüber. Ich habe ihn nicht besonders stark in Erinnerung, aber der wird in der letzten Phase ziemlich aggro. Oh, du machst das nichts. Ah, ich muss das machen, wenn du es so klappst. Ah, jetzt ist mir hier seine Scheiße im Weg. Ah, da habe ich es nur noch geschafft, aber nicht nur so viel Zeit, wie das hat. Wir sind zufrieden, das. Toll, das war es schon. Und nur so zweimal. Das sind so dreimal oder so gewesen. Jo. Sterne erhalten. Jo. Oh, das war doch eigentlich relativ gut. Nummer 44. Ich glaube, dass wir die 60 Sterne schaffen, wenn ich ganz, ja, dann brauchen wir so zwischen 40, 50 Barzweck. Wo die Schwerkraft hinfällt. Da war es. Ich habe es gesehen, wo der Bonus-Stern ist. Ich habe es gesehen, wo der Bonus-Stern ist. Ich habe es gesehen, wo der Bonus-Stern ist. Das ist schon mal ein kransfer Duel. Hier sehen wir sich hin. Jo, das war gut. Ich glaub, das mussten wir machen für den Zusatzstern. Ja. Müssen wir nur noch das hier erwischen, dann können wir den Zusatzstern machen. Warte mal, ich aktiviere schon mal die Lampe. Wird wir auch 100% nicht mehr Zeit haben. Was war das denn? Da oben ist es, ich hab's gesehen. Nein, das braucht man nämlich. Ihr seht bestimmt schon den goldenen Kettenhund dahinten. Den müssen wir mit dem Regenbogen-Mariel-Schnittstern stellen. Deswegen war es auch wichtig, die Fragezeichen zu kriegen. Müssen wir einfach nur durchwaschen. Goldenen Kettenhund finden. Okay. Sterne halten. Das war doch schön. Der Schatz des goldenen Wauwaus. Der Schatz des goldenen Wauwaus. Wo die Schwerkraft hinfällt. Das könnte jetzt alles überspringen, haben wir alles schon gesehen. So hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft. Das wäre eben soweit gewesen. Ich finde es mich eigentlich ziemlich schlecht. Ich brauche es aber jetzt auch eh nicht mehr. Kann mir das eigentlich egal sein. Das wäre super. Dann beeint man sich und dann ist die Ranke nicht schnell genug ausgefahren. Wieso macht der denn immer die Burberry-Attacke, wenn ich mich drehe? Ist doch klar, dass ich mich drehen muss. Weil ich mich schütteln muss. Oh Gott, das habe ich schütteln. Oh Gott, das habe ich schütteln. Oh Gott, das habe ich schütteln. Oh Gott. Oh Gott, das habe ich schütteln. Ich glaube, Mario steht auf Stromschläge, dem macht das nichts aus. Ähm... Ja, dann rüber. Oh Gott. Ich müsste hochdrücken, um zu springen, aber um zu rutschen, muss ich sie noch unten drücken. Oh Gott, das hättest du dir jetzt sparen können, Mario. Nichts, das ist so. Ich denke, der sieht dich, dass sie mich an Teil werden. Oh, 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 oh! Sooo... So ein bisschen, okay? Da konnte man nicht hin, oder was? Das ist ja richtig geil. So, jetzt bin ich da so schön durchgewascht, dass hier durch so eine Scheiße zu stellen. Wie machen die das denn überhaupt dahin? So, ich wüsse, dass der Mann da stören muss, bitte. Wo ist denn hier unten? Wo ist denn das denn aus dem Ausdruck gezeigt? Wo ist denn da unten? 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 Wie kann man den theoretisch schon machen? Bis zum nächsten Mal.